Das Besondere bei Topgolf ist, es ist ein Gesamterlebnis, ein Unterhaltungserlebnis. Du kannst in die Anlage kommen, der Zutritt ist kostenlos. Du kannst in die Bar gehen, eine Sportübertragung anschauen oder eben natürlich eine Bay buchen. Das sind unsere Abschlagplätze, wo du 15 Spiele auswählen kannst von Angry Birds, ein ganz einfaches Spiel, bis zu spielen für wirklich ambitionierte Golfer. Topgolf ist nicht nur für Topgolfer in dem Sinn, sondern auch für absolute Golfanfänger oder Leute, die sonst nie Golf spielen. Die Tatsache ist, dass die Mehrheit unserer Gäste nicht Golfer sind. Die nehmen sonst keine Golfschläger in die Hand und von dem her, wenn man Unterhaltung sucht, ähnlich wie zum Beispiel wenn man Bowlen oder Darts spielen geht, dann ist Topgolf eine super Option. Wir haben eine dreistöckige Anlage, wir haben auf jedem Stockwerk eine eigene Bar. Wir haben einen 34 Quadratmeter grossen Screen, auf dem wir Sportübertragungen laufen lassen. Wir haben über 350 Bildschirme. Wir spielen im Prinzip alles, was es im Sport gibt, aus und so kann man ein Abendessen genießen, ein Mittagessen oder auch ein Cocktail am Abend oder auch einen Kaffee am Morgen. Wir eröffnen am 21. Januar, das heißt man kann Base buchen und natürlich auch für was wir Walk-Ins nennen, also Leute, die einfach vorbeikommen möchten ohne Buchung, sind wir auch offen.